Berlin hatte einen Unfall mit ihrem Tablet und das war die Folge. Sie muss es reparieren lassen und sucht nach einem technischen Service. Doch sie muss dazu das Haus nicht verlassen, sondern nur diese Seite besuchen. Sie beschreibt das Gerät und den Schaden, dann bittet sie um einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. In nur wenigen Stunden empfängt sie Angebote von Technikern aus der Umgebung. Belen hat Paco wegen seiner positiven Bewertungen gewählt, die andere Kunden über ihn geschrieben haben. Jetzt muss die Arbeit erledigt werden, sie stehen hinter der Website. Und Alejandro, ein Geschäftsmann mit Erfahrung im technischen Sektor, ist der Gründer dieses Projekts, das sich bereits in ganz Spanien ausgebreitet hat. Ein Beispiel für Share Economy in einer Zeit, die neue Geschäftsmodelle erforderlich macht. mit dem